So, hallo Leute, wir befinden uns bei dem schönsten Klo Hagen. Und man sieht sofort, wie kuschelig es hier ist. Ah, ist das nicht schön? Und wo gibt es die coolsten Jungs der Welt? Und wo gibt es die besten Fressalien und Getränke der Welt? Wo wird die beste Musik in Hagen gespielt? Also, wo in Hagen finden sich die fluchten Menschen? Und wo befindet sich der beste Ort, Hagen? Kinder und Jugend, Park, Trommelwirbel, Hafe.